Musik Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Santiago's Adventskalender. Mein Name ist Fritz Rott und ich bin unter anderem bekannt als deutsche Stimme von Henry Morgan aus der Serie Forever, als Drachenkrieger Poe aus der Serie Kung Fu Panda, Legenden mit Fell und Fu und als Patrick Star aus der Serie SpongeBob. Und ich wünsche euch viel Spaß beim heutigen Türchen. Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute beantworte ich euch mal ein paar Fragen. Die erste Frage. Kannst du mal sagen, Mayonnaise ist auch ein Instrument? Mayonnaise ist auch ein Instrument. Wann kommt die Patrick Star Show auf Deutsch? Das wüsste ich auch gerne. Das kann ich noch nicht sagen. Wir haben bisher sieben Folgen synchronisiert, aber die sind noch nicht veröffentlicht und ich habe keine Informationen dazu. Tut mir leid. Ich hoffe bald. Wie lange sprichst du schon, Patrick? Seit 2011, also 10,5 Jahre. Was war deine Lieblingsfolge bei SpongeBob? Das war die Folge Geisterdeppen. Kommt 2022 von SpongeBob ein neues Album und hat Patrick einen eigenen Song? Ähm, ja, da kommt was. Und so viel ich weiß, hatte ich auch einen eigenen Song. Die Sache ist jetzt die, dass es nicht mehr so direkt als Album aufgenommen wird, sondern die Sachen werden gestreamt. Es wird dann in regelmäßigen Abständen ein Song veröffentlicht und später wird daraus dann ein Album zusammengestellt. Und ich habe so viel an Arbeit damit, jetzt kommt Cam Corral, Patrick Star Show und SpongeBob, dass ich den Überblick leider ein bisschen verloren habe und gar nicht mehr genau weiß, ob ich einen eigenen Song gesungen habe. Aber ich denke, ja. Wie findest du die neuen Folgen von SpongeBob? Die werden wieder besser. Also als ich eingestiegen bin, ehrlich gesagt, war ich nicht so begeistert. Aber so im Laufe der Zeit haben sie wieder einige schöne Sachen produziert. Und was ihr jetzt noch nicht kennt, die Patrick Star Show, die gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut. Wie war dein 2021? Wie das war, für mich okay. Ich hatte ein bisschen weniger zu tun, natürlich, Corona-bedingt. Hab dann aber ein bisschen mehr Musik gemacht und bin weitgehend von allem verschont geblieben. Und da kann ich nicht klagen. Das Einzige, was ich noch gerne gemacht hätte, wäre, in Urlaub zu fahren. Kannst du vielleicht sagen, oh Kinder, drei Uhr morgens. Oh Kinder, drei Uhr morgens. Wie sympathisch kann man nur sein? Achso, was soll ich sagen? Nee. Für dich. Wie sympathisch kann man nur sein? Das hat jemand zu dir gesagt jetzt. Oh cool, danke. Jetzt hab ich's ja nicht gemacht. Wann hast du das erste Mal Synchron gesprochen? 1991 bei der Splendid-Synchron in Köln. Wie bist du denn zum Synchron gekommen? Ja, das war Zufall. Also, ich bin ja wie gesagt ursprünglich Musiker, hab auch am Ton gearbeitet. Und irgendwann hat es sich nicht mehr rentiert, nur Bands aufzunehmen. Da sind viele Musikstudios halt auch auf Synchron umgestiegen. Anfangs hab ich dann, wie gesagt, Ton gemacht. Dann hab ich Dialogbücher geschrieben. Und irgendwann, also es kommen immer so Rollen vor, die nur so drei bis fünf Tags haben, kurz mal was sagen. Das hab ich dann mal ausprobiert und das hat geklappt. Und dann hat es sich langsam so summiert. Wie bist du dazu gekommen, die deutsche Stimme von Patrick zu sprechen? Durch ein Casting. Wie üblich. Seit wann wollten Sie Synchronsprecher werden? Haben Sie eigentlich eine Schauspielausbildung? Nein, eine Schauspielausbildung hab ich nicht. Ich bin, wie gesagt, Musiker. Ich habe Musik und Germanistik auf Lehramt studiert. Und hatte aber, wie gesagt, immer über die Musikstudios, die dann Synchron übernommen haben, Kontakte dazu. Und ja, als das so aufkam, da kam dann schon der Gedanke, das könnte ich vielleicht öfter machen. Dass es dann ein richtiger Beruf wird, damit hab ich nicht unbedingt gerechnet. Vermisst du Kung Fu Panda? Ein bisschen, ja. Ich hätte gern noch weiter gemacht. Bist du bei dem Spongebob Musical dabei? Nicht als Darsteller auf der Bühne oder als Sänger, nur als Gast bei der Premiere. Wie stark begleitet dich die Rolle als Patrick Star im Alltag? Im Alltag? Na ja, schwierig zu sagen. Ist Patrick deine Lieblingsrolle? Wenn ich ehrlich bin, nicht, nein. Kannst du dich mit Patrick im echten Leben auch identifizieren? Wie sollte ich? Das ist eine erfundene Figur. Und man identifiziert sich in dem Moment, wo man ihn spricht, wo man die Rolle spricht. Aber jetzt nicht im normalen Leben. Da bin ich jemand anders auf jeden Fall. Wenn du ein Boot hättest, wie würdest du es nennen? Ein Boot? Da hab ich jetzt nicht so die Eingebung. Da müsste ich mir was überlegen, weil ich so eigentlich keinen Hang dazu habe, Boot zu fahren oder mir eins zu kaufen. Haben Sie eigentlich schon im Kindesalter gemerkt, dass Sie Ihre Stimme verstellen können? Oder haben Sie es irgendwann anders herausgefunden? Nein, das habe ich schon ziemlich früh gemerkt. Ich habe auch gerne immer Akzente und Dialekte imitiert. Und immer gerne ein bisschen was Spaßiges damit gemacht. Ist es anstrengend, Patrick zu sprechen? Kommt drauf an. Ja, es gibt Folgen, da ist es ganz locker. Es gibt aber auch Folgen, wo es sozusagen nur Vollgas, wo die nur Vollgas fahren. Und da ist es dann schon etwas anstrengender, aber nicht übermäßig anstrengend. Wie ist der Kontakt zu den anderen Synchronsprechern aus Wonspap? Gut, ich meine, wir treffen uns jetzt seltener privat, mit Ausnahme von Santiago jetzt, sage ich mal. Aber wir verstehen uns super. Wir haben auch bei anderen Projekten schon zusammengearbeitet. Ja, das wäre es so an Fragen. Und ich hoffe, ich konnte Sie alle gut beantworten. Und sage mal, bis zum nächsten Mal. Ciao!